Hit Radio FFH sucht Hessens Next Weihnachtswitz. Josef und Maria sind auf der Suche nach einer Herberge. Als der zwölfte Wirt sagt, sie sind ausgebucht, platzt Josef der Kragen. Seht doch nur, meine Frau ist hochschwanger, sagt der Wirt, dafür kann ich doch nichts. Daraufhin Josef empört, ja ich doch auch nicht. Hohohoho! Hessens Next Weihnachtswitz. Jeden Morgen bei Hit Radio FFH.